Was geht ab Leute Zane ist wieder da, heute mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar wissen viele von euch vielleicht noch nicht, dass ich neben meinem Anime und Manga Kanal Facefall TV auch einen Let's Play Kanal namens Just Insane habe. Und hier habe ich nun ein Anime Game angefangen, deshalb dachte ich mir mach ich doch ein bisschen Werbung dafür auf diesem Kanal. Das Spiel welches ich spiele ist Sword Art Online Fatal Bullet auf der Playstation 4. In diesem Spiel erstellt ihr euch euren eigenen Charakter und taucht ein in die Welt eines VR MMOs. Mein Charakter wird mit einigen Charakteren aus dem Anime Sword Art Online einige spannende Abenteuer erleben und ihr könnt dabei sein, entweder als Let's Play auf meinem Youtube Kanal Just Insane oder aber auch Live auf Twitch, Youtube Gaming oder Mixer. Links zu allen Kanälen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe wir sehen uns online, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3 ная 2 Ich werde es nicht so gut sein. Ich werde es nicht so gut sein. Vielen Dank.